Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, 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 oh Ich finde das sehr interessant, wenn man das alles macht, probieren und ich hoffe, dass ich das mal lernen kann. Das ist ein paar Zürcher, das ist ein paar Zürcher. Zurück gehen die Thumb-Ons bei den Videos.